Wo sind die beiden letzten Juwelen, Redtail? Die Juwelen nützen euch nichts, Klau. Ihr habt nicht das Format, um zu gewinnen. Die Trophäe ist für jemanden wie mich. Ich, der geborene Herrscher, der Visionär. Was seid ihr schon? Ein Dieb, wenn gleich ein Hervorragender. Zum letzten Mal. Wo sind die Juwelen? Na gut. Sie sind hier. Die Juwelen. Vermutlich habe ich keine andere Wahl. Niemals! Ich warte auf euch, Klau. Ha 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 ha! Jetzt muss ich das Amulett finden.